Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Stimmen der Ewigen anzunehmen bei Hochloft Borvar Fordragon in Ovibos auf der Ebene der Schmelztiegerl. Hier hin ist man gekommen durch die Vorquest, das war die Quest ein Zusammentreffen der Pakte. Nehmt die Quest gleich mal an. Da ich die Quest auf dem PTR aufnehme, könnte es sein, dass ihm nichts weiter passiert, aber bin mal gespannt. Nun darf ich mit Dallinava quatschen, also nicht wundern, wenn die Quest gleich bereits zur Abgabe ist oder sowas. Genau, ich glaube auf den Live-Server geschieht etwas Großes hier oder so. Also ein super Video, irgendwie sowas. Okay, wie es aussieht war es das schon. Die Quest ist dann abzugeben bei Lady Muntpere in Ovibos auf der Ebene der Schicksale an dieser Position. Hoffe das Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnieren-Knopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns mal live. Ein Zocke Ende.